einen wunderschönen guten morgen liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einem weiteren let's play fifa 17 ultimate team mit paxis wir sind in der weekend league es läuft ganz gut ich hoffe es läuft weiter so gut es ist samstag und wir haben noch 18 spiele mein ziel ist also mindestens neun heute und dann schauen wir mal was stimmt weiter macht ich glaube mein problem ist einfach in letzter zeit dass ich mich zu sehr auf die stürmer konzentriere oder da einfach gewisse hemmungen habe und nicht befreit aufspiele ich denke ich sollte ich meine es läuft ja ganz gut ich gewinne meine spiele ich spiele konzentriert ich nutze oft meine chancen für die tore und ob das jetzt jemand anderes macht oder stürmer ist sie erst mal zweitrangig hauptsache es klappt irgendwie und es ist ja auch nicht so dass jetzt irgendwie meine stürmer in jedem spiel drei großchancen liegen lassen also so ist ja nicht die bekommen halt auch einfach gerade zur zeit nicht so viele chancen würde ich sagen und von daher einfach befreit aufspielen ruhig aufspielen ok den sturm verstehe ich nicht mit dem bille und wenn wenn die der weil die haben beide keine volle chemie nicht mehr ansatzweise ich glaube der zm kommt auch nicht auf volle chemie also das war ein merkwürdiges team merkwürdiges hybrid einfach komplett unsinnig kann man auch komplett bundesliga draus machen verstehe ich nicht warum man da unbedingt versucht irgendwie hybrid rauszubasteln so ich habe wieder mal vergessen latzer auf die bank zu setzen fällt mir gerade eben ein aber egal jetzt konzentriert wieder spielen hat auch wieder costa also costa wirklich sehr beliebt konzentriert das ganze angehen sich nicht aufs spiel des gegners einlassen beziehungsweise schon einlassen aber nicht das gegnerische spiel aufzwingen lassen nein ich wollte logischerweise auf stindel passen und wir haben es aber nicht hinbekommen noch rechtzeitig nach links zu drücken mit dem stick und drück halt den pass auf das macht er leider gut und drück halt den pass blöderweise einfach nach vorne zum torhüter das war blöd kommt fast an schade der pass darf halt nicht durchkommen erst mal krass dass benden der den den schuss dann so gut da hinbekommt volle aber dass der pass halt funktioniert gegen bis check auf costa kann ich nicht nachvollziehen wüsste ich jetzt nichts wo mein fehler ist klar der pass auf stindel hat nicht funktioniert aber da waren wir schon fast im gegnerischen strafraum da sind die pässe immer etwas riskanter und machen wir da eigentlich wenig vorwürfe ich denke aber dass wir hier mehr als nur gute chancen haben das spiel zu drehen und von daher ganz in ruhe weiterspielen schade 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 Oh, das war natürlich ärgerlich, aber es geht noch gut. Fuck. Ja, den Ball hätten wir halt unter Kontrolle bekommen müssen und alles wäre gut gewesen. Das war halt schon eher ein Foul. Geil, dass der Pass nicht kommt. Wir müssen aufpassen, weil wir nicht so aufgeregt spielen wie der Gegner. Das ist einfach nicht notwendig. Ganz in Ruhe die eigene Spielweise durchziehen. Immerhin mal eine Ecke. Und jetzt machen wir ihn einfach rein. Oh, steht da jetzt wirklich Stindel von? Jetzt macht Stindel den Kopfballtor. Passt auf. Boah, er fängt ihn einfach stark. Er lenkt ihn so drüber. Macht er leider nicht. Oh, richtig krass gemacht von Hummels. Macht er auch gut. Habe schon auf passen gedrückt, da passt er einfach nicht. Und jetzt machen wir den Kopfballtor. soo, zu weit, zu weit, oder, oder, oder? Schade. Komm! Oh, Alu! Fuck! Oh, lucky hier, aber ich freue mich trotzdem. Vor allem, ich wollte eigentlich das lange Eck schießen und er macht ihn kurz ins kurze Eck. Er macht ihn ins kurze Eck. Ich lache ins kurze Eck. Ja, ist er natürlich ein bisschen lucky, wie er da zustande kommt, aber okay. Schön neben dem Torhüter. Aber ich sage es mal, wir haben ja gute Chancen, das Spiel zu drehen, deswegen... Sehr schön gemacht. Oh, das war doch kein Fall von Sokrates, meine Herren. Oh, der war gefährlich. Der war richtig gefährlich. Ei, 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 ei. Hätte ich kurz Angst. Oh, hier hätte ich sogar kurz machen können, schade. So, das war ein bisschen brenzlig, aber wir haben es dann doch noch relativ souverän gelöst, würde ich sagen. Oh, es gibt 11 Meter, krass. Der Pass kam viel zu spät von Plattenhalter, hat wieder einen Ballkontakt mehr gemacht, als er eigentlich machen sollte, dass er durch jetzt... Was? Was? Oh, ich... Es muss noch irgendeinen verfickten Bug geben. Anders geht das nicht. Das war ein Elfmeter, das war eigentlich ein Sieg und niemals kommt der Abbruch jetzt... Es sei denn, ich meine, der Gegner wäre dann so blöd und würde ja jetzt eine freiwillige Niederlage hinnehmen, nur damit ich nicht gewinnen kann. Ich meine, er könnte natürlich wirklich so, so, wie sagt man, bösartig sein, dass er jetzt sagt, okay, da breche ich das Spiel lieber ab und fresse die Niederlage direkt, als dass ich dem Gegner den Sieg schenke. Könnte sein, kann ich mir sogar vorstellen. Aber es ist irgendwie teilweise eine Regelmäßigkeit, dass die Spieler abbrechen, dass ich halt denke, hä, muss es doch noch irgendeinen Bug oder sowas geben. Anders kann ich mir das fast nicht erklären. Aber rein theoretischerweise kann es auch sein, dass er sich jetzt gedacht hat, scheiß drauf. Bevor der Gegner das als Sieg gut geschrieben bekommt, breche ich einfach das Spiel direkt selber ab. Das kann natürlich sein, ich weiß es nicht. Wäre echt bitter, wenn jemand quasi, ja, so, ja, bösartig ist. Das wäre echt krass, aber man kann es nicht ausschließen, man kann es nicht ausschließen. Moment mal, wie sieht es denn eigentlich mit meinen Spielerrollen aus? Hatte ich die jetzt mit Stintel schon wieder eingeteilt? Ne, der macht nämlich, der Elfmeter macht nämlich immer noch Reus. Das muss aber eigentlich, wie da, sag ich schon, der muss eigentlich Stintel machen. Mit Hunter wird halt einfach Elfmeter geboostet. Ach, ist das ärgerlich. Das passiert echt in letzter Zeit so häufig. Also es ist nicht so, dass jedes zweite Spiel hier irgendwie, ähm, Moment mal, hat jetzt gepasst? Es ist jetzt nicht so, dass jedes zweite Spiel im Endeffekt irgendwie ein Spiel abgebrochen wird, aber passiert halt einfach eine Häufigkeit und dann in Situationen, wo ich mir denke, es kann doch nicht sein. Jetzt zum Beispiel, Elfmeter, wir wären in Führung gegangen, es war, denke ich, auch ein Spiel, was wir hätten gewinnen können. Und Abbruch. Es kann sein, dass der Gegner halt wirklich sagt, bevor mein Gegner den Sieg bekommt, gehe ich jetzt lieber, bevor der Elfmeter ausgibt, oder raus. Bekomme zwar eine Niederlage, aber die bekomme ich vielleicht so oder so, aber der Gegner bekommt wenigstens keinen Sieg. Das kann sein, das wäre echt, also das wäre echt krass. Das wäre richtig, richtig krass, wenn das wirklich so wäre. Ich weiß es nicht, aber es wäre halt ziemlich krass. Okay, da haben wir mal ein deutlich besseres Team, 87er Benzema, Reparino von, den rechten Flügel kenne ich nicht, ein Inform im ZM, ich glaube auch noch ein Inform-Linksverteidiger. Das war mal wieder ein etwas besseres Team, aber egal, so, Konzentration, es steht 0-0, das letzte Spiel, was soll es, scheiß drauf. Konzentrieren los und schießen ein paar rausgespielte Tore, verteidigen vor allem gut, fressen kein Gegentor und fertig. Komm schon, individuelle Klasse überzeugt. Und Stindl wird auch wieder ein bisschen was machen, nicht zwingend, aber vielleicht macht er ja was, mal gucken. Muss dran denken, dass ich jetzt zwei Spiele abziehe bei Stindl mindestens. Schade. Steht Hummels genau richtig, aber da war eigentlich auch kein wirklicher Platz für eine... War eigentlich auch kein wirklicher Platz für einen guten Pass, meiner Meinung nach. Wieder soll der Pass auf Stindl gehen und er macht ihn halt auf Müller, ich verstehe das nicht. Also das muss, vielleicht ist das auch gepatcht worden, dass die Pässe irgendwie anders kommen in den Situationen. Klar, es war ein schwieriger Pass, aber ich kapiere es einfach nicht. Das passiert zu, also meiner Meinung nach noch häufiger als am Anfang des Spiels. Und dadurch ist es einfach so schwer, von außen einen guten Pass nach inne zu bringen. Wie gesagt, ich hätte einfach nur noch auf Stindl passen müssen, das wäre kein automatisches Tor gewesen, aber... Es wäre zumindestens... Es war ein schwacher Pass von Piszczek. Es wäre zumindestens eine hohe Wahrscheinlichkeit gewesen, dass ich mit Stindl da ein Tor schieße. Das ist halt echt traurig. Vielleicht liegt es auch daran, dass dann meine Stürmer seltener zu Abschlusschancen kommen, weil sie einfach die guten Pässe nicht bekommen. Richtig krass gemacht von Hummels. Das war auf jeden Fall gerade individuelle Klasse. Boah, ey, das... Egal, nicht aufregen, es ist scheißegal. Ich komme gerade nicht so richtig hier raus, muss ich zugeben. So, jetzt mal. Schade, aber gut, da konnte ich, denke ich, nicht viel anders machen. Er kriegt gerade immer so knapp das Tripping noch hin. Fällt mir überhaupt nicht. Da wurde es dann leider zu eng. Ey, was ist denn los? Im letzten Spiel war das nicht... Ah, genau, im letzten Spiel auch schon. Vidal tacklst von hinten den Ball raus. Der Gegner fällt noch nicht mal hinten, er bewegt ihn noch nicht mal. Und trotzdem ist es ein Foul, es ist echt komisch. Sehr gut. Oh, was ist denn das gewesen, ey, zum... Fuck! Alter, ey. Was war denn das, bitte schön, gerade eben für ein Rausspielen? Der macht so krass, dass ich für die Schusszeugung einfach das klären. Aber nicht aufregend. Wieso regt mich so auf? Ich habe nur noch gar nichts passiert. Alles ist gut. Ich kriege dann halt wieder so einen Rumalbert-Spielstil, wo er viel ins Tripling geht. Das ist sehr eklig. Und man macht es teilweise nicht schlecht. Oh, was war denn das für ein Pass, bitte, wenn wir mich rausspielen? Egal, ich bin eigentlich guter Dinge. Ich bin eigentlich guter Dinge. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Spiel. Einfach konzentriert bleiben, wenn ich das 1-0 fress, Fehler analysieren und weiterspielen. Puh. Sehr gut für ein Beta Lab und vorher auch für ein Sokrates. Und jetzt ist es... Ich hab da gesagt, ich hab ein gutes Gefühl. War aber auch schön durchgespielt, Reus und Benderlepp wieder, oder? Das war wieder die Vorlage von Benderlepp. Benderlepp ist echt ein Monster, ey. Benderlepp ist echt ein Monster, auf jeden Fall ein Upgrade zu Goretzka. Was der für Vorlagen macht, das war auch wieder eine schwierige Vorlage. Schön gedribbelt von Reus und dann flach ins lange Eck. Sehr gut. Und natürlich auch wieder individuelle Klasse, individuelle Klasse Benderlepp, individuelle Klasse Reus, ganz klar. Sehr gut von Vidal. Oh, zu weit. Aber ich hätte jetzt glaube ich auch keinen Laufpass wählen dürfen. Boah, zum Glück. Da kann es natürlich auch jetzt locker 1-1 stehen. Aber der Abschluss sah irgendwie merkwürdig aus. Keine Ahnung, ob der irgendwie Probleme mit dem schwachen Fuß hatte. Schade. Stintel gewinnt die Kopfball-Duelle, aber die kommen einfach nie beim Mitspieler an. Das geht mir so, also das nervt einfach extrem, wenn die Spieler von alleine so einen Schritt nach außen machen. Wie gerade eben im Mittelfeld. Und dann den Ball nicht haben. Weil dann sind die nämlich komplett aus dem Spiel genommen. Nice, lacker Tor. Nicht perfekt verteidigt von mir, muss ich auf jeden Fall sagen. Aber der Abschluss an sich war natürlich dann wieder lucky, weil Fernmann eigentlich dran ist. Ich muss vielleicht ein bisschen aggressiver mit Hummels rangehen vorher an Williams. Aber was wollte ich hier? Das ist natürlich wieder absolut lucky, das Tor. Aber der Schuss darf nicht zum Stande kommen. Den Schuss muss ich halt verhindern. Aber ich sehe hier immer noch Chancen. Ich mache einfach das 2-1 und alles ist gut. Was wollte ich sagen? Ja genau, dieser Schritt, dieser Ausfallschritt, wenn sie den Ball nicht bekommen. Weil dann sind sie nämlich raus und ich kann dann blöd so nachher rennen. Und es ist halt ein Riesenproblem gegen solche Spieler wie er. Weil der fehlt dann einfach. Auch dadurch, dass er ständig am blöd rumtribbeln ist. Das war ein geiler Pass. Wir waren zu letzt... Nee, aber nicht zu letzt dran. So jetzt ist ein Eck. Komm, 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 komm. Lucky Tor. Da hat Gegner macht ein Lucky Tor. Wir machen jetzt auch ein Lucky Tor. Das hat dann leider zu lange gedauert. Und sein schwacher Pass wird nicht bestraft. Gang ist in Ruhe, weiterspielen. Nichts passiert. Okay. 5 inm... Hart. . Da passt, da konnte er halt Stündel schon wieder nichts dafür. Der Pass war einfach scheiße von Vidal. Konzentriert weiterspielen. Gut gemacht von Fehrmann. Gut gemacht von Fehrmann. Alu, muss das sein? Mann. Das ärgert mich. Das ärgert mich einfach, weil ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit einfach... Das ist eine subjektive Nahtwahrnehmung, aber ich habe einfach das Gefühl, ich habe in letzter Zeit echt wieder viel Alu-Pech. Schöne Chance für Müller eigentlich. Ach, bitter, bitter, bitter. Reus hat noch... Äh, Quatsch, denn Bele hat noch ein bisschen Power, deswegen wäre ich, denke ich... Naja, lieber erst mal Müller rein. Deswegen wäre ich, denke ich, den Bele noch einen Tick drin lassen. Sehr gut von Bentalab. Der Passwort zu ist Kant. Der Passwort zu ist Kant. Das ist halt wieder, der Stindl hat noch keine einzige wirkliche gute Situation bekommen. Also er kann einfach nichts dafür, dass er keine Abschlüsse hat, äh, macht. Keine Tore macht, weil er bekommt ja auch die Abschlüsse nicht. Das zweite Mal Alu. Zweimal Alu, nice. So, jetzt wechsle ich mal den Bele aus. Moment, wir können ja bestimmt... Oh, Bentalab macht halt echt ein gutes Spiel, ne? Ich glaube, den lasse ich mal noch. Vielleicht, wahrscheinlich erst in der Verlängerung, falls es eine gibt. Auswechseln. Ja, nochmal reinlegen auf Müller, also von Müller auf den anderen Müller. Das war ein Fehler jetzt zu schießen. Aber vielleicht machen wir jetzt trotzdem ein Tor, komm. Oh, zu hoch! Warum? Fuck! Komm schon. Wir haben zweimal Alu hier. Der Siegtreffer oder das 2-1 wäre sowas von verdient. Brauchen wir nicht drüber reden. Sehr geil. Ich wusste, dass ich Reverie durchsetzt. Mit seiner Ausdauer. Komm jetzt, komm, mach das Ding rein, Müller, mach das Ding rein! Oder halt einfach in den Arm. Nein! Oh, da habe ich falsch gezielt. Ha, er verletzt sich, weil er keine Ausdauer mehr hat. Spielt den der ohne Fitness oder was? Das ist ja lustig. Ja, da hat er natürlich auch noch in der Nachspielzeit einen riesen Nachteil, wenn er das nicht wechselt. Na also, bam, bam, bam! Was geht ab? Verdammt nochmal! Erstens wieder der eingewechselte Müller, zweiten schöner Distanzschuss und drittens halt einfach mal in der 90. So, dass wir jetzt einfach keine Verlängerung spielen müssen. Geil! Oh, wie geil ist das denn, ey! Sehr, sehr geil! Bam! Ein Wiedergewinn war ohne, dass ich Stimmte was machen musste, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er eine Vorlage gebracht hat, aber das eine war Bentalab. Ich glaube, das zweite war auch Vorlage von dem anderen Müller, oder? Ich weiß es gerade nicht. Sehr geil! Sehr, sehr geil! Und absolut für diese, darüber brauchen wir gar nicht reden, Bentalabier mal bester Mann. Und Stimmte immer eine gute Performance mit 8,3. Weil wir haben zwei Alutreffer noch gehabt. Tore Müller und Reus, Vorlagen? Doch! Eine Vorlage von Stimmte, also wahrscheinlich das zweite Ding. Na also, es geht aber, wenn ich nicht so drauf achte, dann läuft es besser. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ich überlege gerade, ob ich noch eine Aufnahme, ob wir jetzt noch ein Spiel anfangen, oder ob wir das in die nächste Aufnahme packen. Aber eigentlich können wir auch einfach noch eins machen, scheiß drauf. Jetzt halt ein bisschen länger. Ich muss mir aber noch mehr Fitnesskarten kaufen, aber ich habe immer keine billigen gefunden, verdammt nochmal. Wir brauchen noch einige. Vor allem, wenn wir jedes Spiel doppelt spielen müssen, dann brauchen wir natürlich noch einige. So, das war dann mal ein sehr erfolgreiches Spiel. Und ich hoffe, dass das kommende ähnlich erfolgreich wird. Ich will natürlich, dass wir dann die Alutreffer nicht mehr produzieren, sondern die Dinger direkt reingehen. Das wäre auch noch geil. Aber ich kann definitiv damit leben, dass, wenn wir am Ende trotzdem gewinnen, dass wir dann auch das ein oder andere Alutreffer schon dabei haben. Das ist dann okay. So. Schauen wir mal. Konzentriert spielen in der Offensive gut, in der Defensive gut. Vor allem Defensive war, denke ich, relativ stabil. Oh, das ist ein ultra starkes Team. Und bei Mejang, Robben, Reus, vor allem ein sehr, sehr schneller Sturm. Hybrid mit Ter Stegen im Tor. Ja, das ist natürlich vor allem in der Offensive stark. Ich hoffe mal, dass wir da vielleicht aber viele Tore schießen, weil die Defensive schlecht ist. Jetzt stellt er wahrscheinlich schon was um. Also was heißt schlecht? Varane ist natürlich ein guter bis sehr guter Innenverteidiger. Marcelo und überragender Außenverteidiger. Montoya ist ziemlich gut. Martinez ist, glaube ich, okay. Ter Stegen ist, okay. Aber ja, ich würde schon sagen, in seinem Team ist am ehesten noch die Abwehr die Schwachstelle. Zumindest die Hälfte der Abwehr. Weil der Sturm mit Robben, Reus, Aubameyang ist ultra schnell und super Abschlusssteiger. Und dann halt Thiago, das war, glaube ich, Man of the Match Thiago. Der ist super teuer und auch super stark. Ebora und Casemiro sind auch gut. Das könnte heftig werden. Der wollte ich mal nicht übertreiben, ne? Schade. Och. Mist. Ein Millimeter weiter rechts oder so und der nimmt halt einfach den Ball mit beim Angriff. Was ist denn da los? Boah, es ist ja gerade... Was ist das? Habt ihr gesehen, wie Dall das dann Reus ausgewählt war? Ich wollte natürlich plattenhart anspielen. Es konnte ja gar nicht ankommen dabei. Was ist denn das bitte gerade für ein mega... Aufgeregtes Spiel, ey. Komplett unruhig, komplett aufgeregt. Hoffen wir mal, ich kann ein bisschen Ruhe reinbringen. Hat er natürlich wieder den B-Lead in den Lauf geschickt, er macht's nicht. Okay, jetzt ganz in Ruhe. Nicht dieses aufgeregte, merkwürdige Spiel vom Gegner aufdrängen lassen. Das ist ganz wichtig. Versuchen, das eigene Spiel durchzuziehen. Sehr gut für den Müller. Und macht er mal einen kleinen Fehler, auch sehr gut. Schade. Da war leider kein Platz, er läuft gut mit. Spekuliert nicht und dadurch war einfach kein Platz zum Passen. Muss ich anders lösen. Muss ich anders lösen. Das wird richtig schwer, das Spiel. Schon aus dem Grund, weil er so schnelle Spiele hat. Das nervt jetzt schon. Schade. Also man merkt halt einfach wieder, die Außenverteidiger, dieser Marcelo etc. Und auch Varane, das ist die Seite mit Varane, es ist so stark. Hat Hummels eigentlich, sehr schade. Oh, ich wollte gerade sagen, ey. Er wusste nie, was er machen soll. Einfach aus der Drehung dann so einen Schuss. Klar kann das Reus auch mal reinmachen, aber da stehe ich halt auch da. So ein Glück macht er den nicht rein, das wäre bitter gewesen. Weil da kann ich glaube ich auch nicht mehr machen. Ich kann nicht. Ich glaube, was die Verteidigung angeht, man kann den nicht zu 100% verteidigen. Ich spiele einfach zu gut. Und halt zu schnelle, wendige Spieler. Oh, laufen beide nach innen, richtig schlau. Schön ist da, ey. Müsste eigentlich schon eine gute Distanz für eine Flanke sein, ja. Boah, ich sehe zwar nichts Richtiges, aber ich probiere es trotzdem. Ja! Alter, wie geil war das denn? Mit der Schusstäuschung, mit der Schusstäuschung, die Richtungswechsel, die Richtungswechsel, der Richtungswechsel mit Stindl auf Müller gepasst und der haut ihn aus dem Stand, ich wollte noch einen Schritt gehen, aber er haut ihn aus dem Stand rein. Schöne Vorlage von Stindl, aber auch einfach eine schöne Schusstäuschung. Geil, das war richtig geil, das war richtig, richtig geil. Was für ein geiles Tor. Und jetzt konzentrieren, es ist schwer gegen ihn, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es schaffe hier zu Null zu verteidigen, aber wir müssen es einfach probieren. Wir müssen es einfach probieren. Konzentriert verteidigen. Auch wieder so eine Aktion aus dem Stand. Da haben wir ein bisschen Glück. Und haben wir leider kein Glück. Ach du Scheiße. Aber das habe ich gemeint, du musst dann halt ruhig bleiben, auch wenn du gerade einen mega Fehler gemacht hast. Du musst dann einfach ruhig bleiben und ich bin ruhig geblieben. Aber jetzt haben wir eine Ecke. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, ist das natürlich trotzdem meine Schuld. Danke, Fährmann. Ruhig bleiben, Freunde, ruhig bleiben. Genau wie es Fährmann anzeigt, schön ruhig bleiben. Wäre abseits gewesen. Danke, dass er noch rangegangen ist. Wäre nämlich abseits gewesen. Oh, da gewinnt Hummels das Kopfballduell im Köpf da in den Falschnern. Sehr schön. Meiner Meinung nach ist es irgendwann mal faul, oder? Davon bin ich auch ausgegangen, sonst hätte ich den Ball gar nicht erst vorgelegt. So, ganz in Ruhe weiterspielen. Ich gucke mir jetzt nochmal die Aufstellung an. Haben wir echt nur einmal geschossen? Krass. Ja, ich wusste doch, dass was ändert. 4-1-2-1-2. Mit Robben als ZOM, das ist auch interessant. Robben als ZOM, okay. Und Casemiro als Sechser. Na gut. Konzentriert beidespielen, nicht solche blöden Abwehrfehler machen und vielleicht mal noch ein, zwei Torchancen generieren und am besten halt das 2-0 machen. So, Rabia, dieser Marcelo. So, aber jetzt vielleicht. Komm. Jetzt gibt es einen richtig beschissenen Konter und das, obwohl ich... Da will ich extra auf Sicherheit spielen und nochmal zum Torhüter... Zum Glück. Zum Torhüter zurückpassen und dann kommt halt so eine Scheiße bei raus. Dann hätte ich besser nach vorne gespielt. Also es ist auf jeden Fall glücklich bisher. Das 1-0 mittlerweile, würde ich sagen. Jetzt hat er auch einen leichten Alu-Treffer gehabt. Und definitiv glücklich ist das 1-0. Aber... Ja. Wie der Fehler halt zustande kommt, ist echt merkwürdig. Weil ich will extra zum Torhüter zurückspielen. Um es sicherer zu machen. Und was passiert? Das zum Torhüter zurückspielen sorgt einfach nur dafür, dass er zum Gegner passt. Und dann wird natürlich so eine super Chance geblockt. Aber immerhin sind wir zu einer guten Abschlusschance gekommen. Das ist erstmal wichtig. Aber ein Buch bitte. Danke. Mehr als die Ecke. Es ist so schwer. Du kriegst so oft den Konter, wenn du da versuchst in die Mitte zu ziehen. Deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du lieber die Ecke mit. Sehr gut. Das war gut verteidigt. Das habe ich gemeint. Nicht aufgeregt verteidigt. Sondern einfach entsprechend abgewartet. Ja, der Pass war schwer. Ich hätte noch ein Stück warten müssen. Das darf halt auch nicht passieren, dass er dann den Scheißball bekommt. Er macht den Riesenfehler. Bekommt den Ball geschenkt. Mist. Scheiße, Mann! Hätte nicht sein müssen. Scheiß Ballverlust mit Bentalep auf rechts. Dann kommt der Konter auch nicht zustande. Scheiß Ballverlust mit Bentalep auf rechts. Wir hatten die Chance zum 2-0, machen es nicht. Jetzt müssen wir uns halt durch das 1-1 kämpfen. Absolut unnötiges Gegentor. Schade. Ich denke, wir können mal wechseln. Und bis dem Bela ausgewechselt wird, ist er wahrscheinlich auch platt genug. Konzentrieren. Komm, ist nichts passiert. Wir können immer noch 2-1 spielen. Wenn er uns da nicht blockiert, sind wir halt durch. 6-2-4-5-0-0. Die further ist er 5-0. Scheiße, da wollte ich es dann wieder reintragen. Das ist natürlich nicht zum Toll, oder? Fuck. Gut gemacht, dass so viele unsinnige Laufpässe in die Spitze, die gar nichts bringen. Was habe ich euch gesagt? Ich habe einfach das Gefühl, ich habe in letzter Zeit wieder besonders viel Alu-Pesch. Schon wieder. Okay. 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 Fuck. Fuck. Ach, die Verlängerung hätte nicht sein müssen. Fuck, man. Und auch wieder geil dieses Alu-Pesch am Ende. Nice. Wendellab hat eigentlich noch relativ gut Power. Oh, den nehme ich jetzt noch ungern raus. Der hat so gut gespielt, die letzten Spiele. Ich warte, denke ich, noch ein paar Minuten, bevor ich ihn auswechsel. Okay. 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 Oh, der Ball ist eigentlich bei uns. Komm, ja, wieder Vorlage Stindl und wunderschönes Ding von BendaLabs und Glück habe ich ihn nicht ausgewechselt, was geht ab? Zweite Vorlage Stindl, Stindl ist halt eher so der Vorlagegeber, vielleicht sollte ich ja wirklich Stindl als ZDM testen und Müller als Stürmer. Puh, ja, nice und jetzt konzentrieren, nicht wieder, wieder schön über den Schlappen rutschen lassen, nicht wieder ein Gegentor fressen, fuck man, komm jetzt, komm jetzt, komm schon, konzentrieren, das Ding durchziehen. Das würde ja auf garante, von der Aggressivität ja komplett ausrasten. Fuck, ich ziehe halt viel zu oft zu spät zurück, ich muss es einfach schneller machen. Ja, ich habe es gesehen, aber was soll ich machen, wenn halt keiner Lust hat, da ranzugehen. Schade, 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 da hätte Müller noch mal ein schönes. Also der andere Müller jetzt, der schnelle Müller, hätte da mal noch ein schönes Distanz-Zoom machen können, wie im letzten Spiel. Achso, jetzt hätte ich vielleicht mal wechseln können. Ich meine, zu 0 kann ich ja auch von Müller rausnehmen, fällt mir gerade ein. BendaLabs ist eigentlich noch viel zu powerful. Ich könnte zum Beispiel Bellarabi als ZDM nehmen. Das geht sogar ohne Probleme, ja, ich glaube, dann mache ich es so. Wobei, wir brauchen ja eigentlich, nee, Quatsch, wir brauchen ja eigentlich jetzt defensive Stabilität. Wir brauchen jetzt keine offensive Kraft, fällt mir gerade ein. Wir brauchen ja eigentlich defensive Stabilität. Deswegen nehme ich doch Puma rein. Ei, 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 das geht aber furios los hier. Na, abseits. Danke, dass du es abseits aufhebst und den Ball annimmst. Schön gehalten von Ter Stegen. Schade. Schade. Schön noch eine Ecke. So, jetzt ist ganz in Ruhe hier ausspielen. So, jetzt ist es so. Okay, ich glaube das Ding ist durch, das wäre natürlich richtig geil. Aber egal, da kriegt kein Konter mehr, das wird abgeführt, deswegen lässt er jetzt auch die Zeit hier runterlaufen, ah, aber der bricht ab, jetzt vor allem abzubrechen, das ist doch sinnlos, also wozu? Aber soweit ich weiß, es gibt halt, der Abrufmodifikator wird halt nicht verändert, wenn man in der Weekend League abbricht, deswegen, er kann halt machen, wenn er das will. Nice, nice, nice. Und ja, wir haben es noch nicht den besten, ach doch, es gibt, es gibt aber, es wird kein Man of the Match angezeigt, wenn das Spiel nicht zu Ende gegangen ist, aber Stindl war Man of the Match, er hat jetzt zwei Vorlagen gemacht, kein Tor mal wieder, aber zwei Vorlagen. Und ich sag ja, nicht so darauf konzentrieren und darauf einschießen, dann klappt das auch. Es könnte sogar sein, dass der Inform-Stindl schon ziemlich viele Vorlagen gemacht hat, und mehr Vorlagen als, äh, durch, jetzt gucken wir nochmal dieses wunderschöne Tor an, von Müller, weil es einfach so geil vorbereitet war. Hallo, ich will doch einfach nur Tele haben. Hä? Ich soll Tele sein, aber ich kann nicht drehen. Ach so, das ist Ovid, ey, ist klar. Ähm, gucken wir es nochmal an, mit normaler Geschwindigkeit, da schön die Schusstäuschung durch, man kann ja schon fast sagen, durch zwei Spieler durch, auch wenn der andere ein bisschen weit weg ist, dann der Pass auf Müller und dann der wunderbare Schuss aus dem Stand. Wie gesagt, ich wollte eigentlich mit Müller dann noch einen Schritt in die Richtung gehen, damit er halt besseren Druck dahinter bekommt, aber ist ihm halt scheiß... Ach, jetzt habe ich nochmal drauf gedrückt, sorry. Ist ihm halt scheißegal, er macht ihn halt trotzdem. Schöne Annahme, schöne Schusstäuschung als Richtungswechsel. Dann das Auge von freiem Mann, Müller natürlich viel besser positioniert, weil mit Stindl hätte ich mich ja jetzt erst zum Tor hin ausrichten müssen, so ist Müller schon relativ gut zum Tor ausgerichtet. Er stoppt ihn dann, ich dachte halt, er nimmt ihn so ein bisschen sich nach vorne legend an, dann knallt er ihn dann ins lange Eck rein, sehr geil. In diesem Sinne, schönes Spiel, schöne Aufnahmen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxes, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. 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 科